Geld verdienen und nichts dafür tun? Mit Public Domain? Geld verdienen, das müssen wir alle. Die Frage ist nur, wie läuft dieses Geldverdienen ab? Wir können uns dabei abrackern und trotzdem unsere immensen Fleiß vielleicht gerade so über die Runden kommen. Und genau dieses Schicksal fristet 99 von 100 Menschen, egal wo sie leben. Oder wir können auf eine clevere, nachhaltige, ja geradezu unverschämt, mühelose Art und Weise das Geld verdienen. Und das tun die ganz wenigen, die entweder genau schlau genug sind oder die richtige Information nahmen. Wenn sie schon Geld verdienen müssen, dann doch lieber mühelos. Das ist der Ratgeber Goldmine Public Domain geradezu eine Pflichtlektüre für sie. Denn hier praktizieren sie Geld verdienen mit den geistigen Leistungen von Menschen, die leider Gottes nicht mehr unter uns fallen und wo die Rechte für deren geistiges Eigentum abgelaufen sind. Sie ahnen ja gar nicht, wie viel schöngeistige oder Sachliteratur entsprechende Filme, Musik oder auch Computerprogramme weltweit gewissermaßen brach liegen. Diejenigen, die diese Werke in die Welt gesetzt haben, sind lange verstorben und deren Erben erheben keinen Anspruch darauf. Oftmals, weil sie entweder es nicht besser wissen oder weil sie den Wert dieses Erbes schlichtweg und ergreifend nicht erkennen. Aber sie werden ihnen erkennen, den Wert, den Public Domain für ihr Geld verdienen hat, oder? Denn wenn sie beispielsweise ein überaus nützliches, unter Public Domain befindliches Buchmanuskript aufbereiten und es in ihrem Namen vertreiben, dann können sie damit Geld verdienen, ohne sonderlich viel geistige und körperliche Mühen investieren zu müssen. Denn die hat der inzwischen tote Autor oder die tote Autorin bereits für sich in diesem Werk eingebracht. Anders gesagt, wenn sie auf diese Weise Geld verdienen, ernten sie gewissermaßen die Früchte derer, die einst die Saat gesät haben und nun nicht mehr unter uns weilen. Dieser Ratgeber sagt ihnen alles, was sie zum Thema Public Domain und dem damit verbundenen Geld verdienen, unbedingt wissen müssen. Wo finden sie solche Public Domain-Schätze? Auf diese Frage gibt es ebenso eine Antwort wie darauf, wo im Internet die beste Public Domain-Quelle zu finden sind, wo sie deren Gegenstück in der Offline-Welt finden, welche Vermarktungsstrategie bei Public Domain-Werken nachweislich die beste ist und so weiter. Fazit. Wenn Sie eine ultraleichte Form des Geldverdienens suchen, dann greifen Sie jetzt zu. Kostenlose Informationen finden Sie auch auf der www.erfolgs-online.de und auf dem YouTube-Kanal unterhalb dieses Videos den direkten Link dorthin. Machen Sie es gut, bleiben Sie stark, Ihr Wolfgang Grademacher. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.